Guten Abend, ähm, Guerillia, Gorillia oder Guerillia, wenn Guerillia-Taktik mal auf den Kopf steht, tun sie was für ihre Hemisphäre, liebe Millionäre, weil sonst haben sie nämlich im Zeitalter der Pension, im Zeitalter der Rente, keine Rente, aktiv, nur passiv, wissen sie was ich meine, wenn jemand anders über sie bestimmt, weil sie ihre neurophysiologischen Fähigkeiten nicht auf den Kopf gestellt haben und neue Reize platziert haben. Stimmt's, Herr Guerillia? Nein, Gorillia, oder nicht? Tja, was redet der denn da? Warum gibt es Handstand, Kopfstand? Weil es Impulse gibt. Und für was sind Impulse gut? Unter anderem für neurolinguistisches Programmieren. Erinnern Sie? Das ist ein Guerillia. Ein Guerillia. Wie habe ich das gesagt? Guerillia. Guerilla. Und Marketing auf dieser Ebene ist nicht unbedingt ausrechenbar. Auf Amazon zahlst du für dieses Buch 29,95 Euro. Doch ich will es dir heute schenken. Ja, schenken. Du zahlst lediglich eine Pauschale für den Versand. Hören Sie? Guerillia. Guerillia. Marketing. Plötzlich. Ich wusste gar nicht, dass das Marketing kommt. Hören Sie doch mal zu. Hören Sie doch mal zu. Hören Sie zu. Reiche als Geistens. Tja. Außerdem erhältst du das notwendige Mindset und alle Werkzeuge, damit du in jedem deiner Lebensbereiche erfolgreich und glücklich bist. Denn was hilft dir das ganze Geld, wenn du unhappy bist, damit du deinen finanziellen Wohlstand überhaupt auch genießen kannst. Bestelle also jetzt Reiche als die Geistens bequem zu dir nach Hause. Das Buch selbst kriegst du geschenkt. Du zahlst lediglich ein paar Euro für Versand, Shipping und Handy. Und wenn du jetzt direkt bestellst, kommst du kostenlos sofort zusätzlich das Hörbuch zu downloaden, sodass du jetzt sofort in der nächsten Sekunde starten kannst. Mal so vom Value, wenn du jetzt sagst, welchen Value hat das Buch dir geliefert? Bis jetzt? Hm? Jetzt 1000.000 in was? In einem Jahr? In einem Hang. Das hat mich umgehauen. Also das Buch, Reiche als die Geistens, hat mich umgehauen. Wie ist dir das durch? Du gehst steil danach. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, in dem in so kurzer Abfolge so viel Content geliefert wird. Also seitdem ich alles sein Buch gelesen habe, habe ich wirklich nur mal ganz gegeben, wahrscheinlich die Art mit dem Modell verdoppelt. So vorher so gut ist, sag ich sogar, so mein Gott, mich das geliefert. Als ich das das erste Mal gelesen habe, war ich einfach so, so gefesselt bei dieser Content-Dichte. Hat er meiner Meinung nach kein, kein anderes Wohlstand. Brain Jogging Life Be fit at 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 Ja Hören Sie? Ich würde sagen, dass ich seitdem das jetzt gelesen habe, oder bis das rausgekommen ist, sicherlich jetzt schon diverse Tausend Euro in die Eingewochte. Aber auf die Lebenszeit, Mindset-technisch wird das exponentiell noch anscheinend. Also sein Buch hat mir dabei geholfen. Das erste Mehrfamilienhaus. Also das war das dritte insgesamt. Und das erste Mehrfamilienhaus ohne Eigenkapital zu kaufen. Und ohne das Buch hätte ich nicht gewusst, wie ich es machen kann. Ein riesen Kompliment an einem Buch. Die 90-Tages-Challenge. Boot ab. Ich muss sagen, ich bin überwärtig. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, was so eine krasse Inhaltsdichte hat. Also da ist so viel Fachwissen drin. Das ist echt der Wahnsinn. Und ich habe das Buch jetzt zum vierten Mal. Bin ich gerade dabei, das durchzustudieren. Hätte ich doch mal das Buch zuerst gelesen. Aber na gut, ist überhaupt nicht schlimm. Ich möchte dir trotzdem einfach nur Danke sagen für den super Content, der hier drin steht. Und ich habe wirklich geschafft, durch diese Informationen, die wirklich ausschließlich aus diesem Buch kommen, mein Leben komplett umzukrempeln. Was steht da? Das steht da. Weißt du, welche Handelsplattform in Deutschland am beliebtesten ist? Wenn du auf Plus500 getippt hast, liegst du richtig? Hey, ich bin Felix von Wir machen Trader. Und ich zeige dir, warum Plus500 regelmäßig als CFD-Broker Nummer 1 in Deutschland auszeichnet wird. Aus der Hand gefilmt. Zunächst einmal, du kannst auf der Plus500 Handelsplattform jederzeit... Inhalt wichtiger als Schein. Guten Tag, galakom.tv No Limits, der mit dem Affen spricht. Bis bald. Du kannst das App herunterladen, dich anmelden und ein Demokonto eröffnen. Einfach so. Cool, oder? Wir machen jetzt mal ein? vier הח QUand